Musik Ich bin Bernd Herwanger und habe stellvertretend für meinen inzwischenzeit leider verstorbenen Vater Helmut Herwanger sein Buch Oberschwäbischer Botaniker aus fünf Jahrhunderten für den Heimatforscherpreis eingereicht. Helmut Herwanger recherchierte über zehn Jahre intensiv das Leben und Werken von 180 Botanikern und fasste diese in seinem Buch zusammen. Das eine war, ihn hat es immer geärgert, wenn er in der Literatur Namen begegnet ist von Botanikern, die er nicht kannte, von denen er nichts wusste. Aber die haben, wie er Oberschwaben genannt hat, in seinem Garten vor ihm schon botanisiert. Und das wollte er auch wissen, wer das war. Und deswegen hat er sich auf den Weg gemacht. Und die Lebensdaten von denen zusammengetragen, in welcher Situation sie gelebt haben, also auch den ganzen geschichtlichen Hintergrund, was sie beruflich gemacht haben und was sie dann tatsächlich für die Botanik geleistet haben hier in Oberschwaben. Pflanzen suchen, bestimmen, sie aufzeichnen, trocknen und archivieren. Das war die Leidenschaft von Helmut Herwanger. Begeistert von der Schönheit der Natur, kartierte er in mühevoller Kleinstarbeit die Botanik von der Iller bis ins Hegau und vom Bodensee bis an die Schwäbische Alb. Bei ehrenamtlichen Führungen gab er gerne sein Wissen und seine Begeisterung weiter. Wissen für sich zu behalten, war für meinen Vater nie da. Er war nicht Ehrenkäse, ich muss alles wissen und es darf keiner von meinem Reichtum, von meinem Schatz was abhaben, sondern es war eher umgekehrt. Wenn er etwas in Erfahrung gebracht hatte, dann wollte er, dass auch andere mit dem Wissen was anfangen können. Und das war es wohl bei seinen Führungen, die er viel gemacht hat, oder dann eben auch, dass er das Wissen über seine Botanikerfreunde in dem Buch zusammengefasst hat. Die Freude am Botanisieren hat Helmut Herwanger Zeit seines Lebens begleitet. Als Pensionär konnte er sich dann leidenschaftlich seinem Hobby widmen. Als er dann kurz vor dem Ruhestand war, hat er sich wieder intensiver mit der Botanik beschäftigt. Und vor allem dann, als er im Ruhestand kam, war eigentlich im Unruhestand. Wenn man versucht hat, ihn anzurufen, war er immer nur Botanik und nie zu erreichen. Die Schwerpunkte seiner Forschung waren vielseitig. Neben dem Steinacher Ried faszinierten ihn vor allem auch die kleinen Pflänzchen. Meine Mutter nannte das spürtisch immer die Ritzenbotanik, wenn zwischen Steinplatten auf dem Gehweg oder auf dem Friedhof ganz kleine Pflänzchen wachsen, die in Normalbrücke eigentlich übersieht. Und den konnte er auch mit Begeisterung dann wieder über Wochen hinterher sprengen. Ihm war es eigentlich wichtig, auch in die Gebiete zu gehen, wo viele einfach übersehen, weil es sind nicht die großen prächtigen Blüten, nicht die Orchideen, die jedem gefallen, sondern er hat auch die Schönheit in die kleinen Pflanzen gesehen und gesucht. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020